dass ihr auch wirklich ein Schwerpunkt auf Familie und Kinder habt und das haben wir auch. Wir haben vor fünf Jahren die Kinderfestspiele gegründet, weil wir dachten, die Kinder sind nicht das Publikum von morgen, sondern schon von heute und um die muss man sich kümmern. Und wir wollen ihnen einfach klassische Musik näher bringen und ihr bringt sie in die besten Hotels. Und hier schließt sich wieder der Kreis, wie Christiane eben gesagt hat, denn wir, wir sind Familie. Und Sie haben es natürlich jetzt schon gehört, bei uns steht 2013 die Familie ganz im Fokus. Mit unserem neuen ITS-Family-Katalog, der neuen Produktlinie von Jahnreisen, Jahnreisen-Familienmelden und natürlich dem neuen Katalog von Club Calimera. Lissi, mit dir machen die Kinder Musik und mit uns dann hinterher Urlaub. So, und apropos Musik, wir wollen noch mehr hören, aber bevor wir das tun, Wir haben natürlich langjährige Partner. Ihr wisst das, Sie wissen das, ohne die solche Veranstaltungen geht diese natürlich nicht möglich mehr. Und denen möchten wir jetzt ganz, ganz herzlich Danke sagen mit einem kleinen Musikrätsel. Vielen Dank.